Nächstes Versuch, vielleicht schaffen wir es jetzt endlich. Okay, ich habe meinen Kart verloren. Pogo! Und... Zack! Grün, grün, grün Drachen, okay. Drachen, Drachen ist zu schlimm. Zack, zack, zack. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Oh, knapp. Nein, okay, mit dem habe ich rechnet. Hopps! Nein, der ist mühsam. Nein, ich bin doch gerade daneben gestanden. Nein, ich konnte in der Mitte bleiben. Ah, das ist eine Scheisse. Ah, das ist einfach Scheisse. Scheisse, schwer ist es. So, Fladermys. Ja, Fladermys. Fladermys. Ich habe noch zwei. Was... Okay ist. Fladermys. Mittlerweile. Fladermys. Ich bin recht sauber. Solange ich einen kleinen Fehler mache. Fliege damit keine Art. So, jetzt nicht springen. Warte, wo er kommt. Erst auslassen. Warte, wo er kommt. Er kommt wahrscheinlich nicht mehr. Er kommt hier. Und BATZ! Nein! Nein! Der hasse ich. Ich habe doch nur noch zwei Hartz. Nein! Wieso? Warte. Ich habe eine neue Technik entdeckt. Ich glaube, ich habe eine neue Taktik. Nein! Die Taktik war jetzt schlecht. Eins! Zwei! Nein! Okay, nochmal. Und... Nein! Und... Eins! Und... Zwei! Und... DAP! Äh... Gib mir einen Drachen. Ah, der Fladermys. Fladermys sind auch nicht so schlecht. Wobei... Jetzt langsam ein bisschen nervös. Jetzt haben wir ihn schon einmal wieder besiegt. Ah... Eben, jetzt wird es langsam knapp. Hier unten geben wir nicht mehr so viel Zeit, um hin und her zu laufen. Aber... Ah... Man kann jetzt reinlaufen, wenn sie wieder rauf gehen. Was ist das für ein Shit? Ich wäre ehrlich gesagt froh um ein... ...es Glacé. Eben Entwickler, wenn du mir gerade zuhörst während dem Spiel. Immer ein Glacé. Ein Gratis-Eis. So, jetzt aber... Äh... Ist das so... So überzeugt von mir selber. Nein, jetzt würde ich schaffen. Ganz klar. Ja, Eintrachtung. Kein Problem. Ich hüpfe hier einfach etwas um. Tack! Fladermäuse geben wir Fladermäuse geben Fladermäuse! Oder Drachen. Drachen ist auch okay. Hopps! Also wenn es spuckt... Wie immer... Nein, das habe ich nicht können. Ja, das sieht gut aus. Sehr gut. Wir haben noch alle Herzen. Voilà! Ähm... Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir! Ja, ich wusste es. Aber ich kann so bellen. Nein, nein! Ich kann jetzt nicht auf die andere Seite laufen. So, und jetzt auf diese Seite laufen. Nein. Kommen sie nicht. Aber auf diese. Nein! 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 Ich hatte keine Zeit, um dort hin zu laufen. Guck! Okay. Nein! Nein! Der Hass! So, jetzt. So. Ich glaube, es gibt nur ein Glacé, wenn ich praktisch kein Leben mehr habe. Aber jetzt sollten wir... Nachher wieder zum Doppelsprung kommen. So, wenn wir das irgendwie richtig im Kopf haben. Nein! Es ist zu spät. Zu spät! Zu spät! Zu spät! Zu spät! Zu spät! Jetzt kommt sicher noch mal Geld. Ja, genau. Weil ich noch zu viel Herz habe. Die merken sich das irgendwie. So, ja. Ich bleib beim Zahn. Hey! Nichts verloren. Sehr gut. Ah, das erste Mal gerade geschafft. Sehr gut. Jetzt kann man sich ledermäuse und die Affe ist so lange vorgetragen. So lange am Kopf. So lange, no Dragon. Das war knapp, das war knapp. Ja, das war gut. Das war gut. Fladermus. Eins, zwei und Kopf! Immer noch kein Eis. Schade, 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 schade. Fladermus. Oh, fuck. Jetzt ist es so schwierig mit Fladermus. Die habe ich nicht mehr gerne in diesem Level. Jetzt aber am Boden schauen. Nein! Mitten hier bleiben. Okay, am Boden schauen. Wo ist der Schatten? Wo ist der Schatten? Daher. So, wo ist der Schattenrch Occas? 1 Nein! Es tut mir leid, Ago Wir sind noch gut unterwegs 1, 2 Yeah! Ja! Haben wir ihn! Wir haben ihn! Wir haben ihn geschafft Es hat nur irgendwie 20 Versuche gebraucht Aber wir haben ihn! Oh, boys! Oh, boys! I'm so glad you're all right! We knew you'd save us, Uncle Scrooge! Yeah, we knew you would! Down that hole, lads! Launchpad will be waiting to take you to safety! What about you, Uncle Scrooge? Yeah! The whole place is falling apart! Magicka and Glumgold still have my number one dime and I'm not leaving without it! You boys get going! Good luck, Uncle Scrooge! Now, give me dime! Not till you give me those treasures! I want to be filthy, stinking rich! You already are filthy, stinking rich! But not as rich as that Chisler McDuck! Where's the treasure? No more horseplay! I need that dime! Oh no you don't, Missy! Eh! Let's go, you fool! Not till I get that treasure! Okay, we holen uns schnell unsere... ...dime zurück! Das sieht aus, als müssen wir gegen die racen! Oh, ich bin schlecht unterwegs! Sehr schlecht! Das sind... Nein! 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 Hier gehen! Ah! Ich muss nochmal... Normal hüpfen, dort oben! Ah! Jetzt habe ich gedacht, wir haben es geschafft! Wenn wir den... ...flat besiegt haben! Nein! Sie haben ihn! Ja! Number one time is mine! Nein! Im Ernst jetzt! Nachdem... ... 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 Nein! Nein! Da geht's! Du sollst hüpfen! Da fe kas... Nein! Nein! Das wird nichts! Nein, das... Hahaha! Ok also, jetzt... Üben wir halt davon... ...den schnellsten Weg rauszufinden... Ich kann normal hüpfen... Jaja, ist okay! Ja, ich habe doch geskippt. So. Oh, Fail! Okay, am Anfang kommen wir gerade rüber. Nein! Eins, zwei. Hier müssen wir es so machen. So, jetzt kommen wir so. Und zack. Und zack. Nein! Oh Mann, das wird auch wieder nichts. Aber... Wir brauchen es jetzt, um ein bisschen... Nein, ich bin so... ...verframpft. Da freut man sich, dass wir Ampos besiegt haben. Und dann kommt einfach nochmal... ...so ein Nervens... ...Zeits... ...Scheissding. Nein! Wieso? Nimmst du nicht? Nein, okay. Da wird auch nichts. Ah, Dago! Du kleine Huuu-Ente! Okay. Bis da sind wir noch nicht gekommen. Ah, okay. Es ist aber nicht so knapp. Nau... ...Number one dime. ...is mine! Number one dime is mine! Give it back to me! Let's go! ... ... Nein, du hattest es heute so machen... ...genauer. ... ... ... ... Nein! Das ist einfach ein scheiss Platz da. Dago! Also. Ah, sie hat ihn jetzt gerade. Ich spüre sie in meinem Entenblut. Heyo! Wieso hast du das gemacht, Dago? Ja. Okay, wenn wir unten wieder durchkommen, hätten wir es schneller. Lass das Rennen beginnen. Oh, was für ein Schlachterstart. Nein! Genau so. Eins, zwei und drei. Nein, hier nochmal hüpfen. Hier auch. Und hier mit dem Stock. Jawoll, wir haben ihn, wir haben ihn! Nein! Nein! Warum? Warum? Säure! Was habe ich denn gemacht? Nein! Nein! Oh. Es geht schon wieder weiter. Okay, das liegt nicht an der anderen Seite. Schon gut. Dass wir das alles noch eingebaut haben. Oh, fuck! Fuck! Ah, das hat mir gelangt ohne. Man muss frustresistent sein im Spiel. Aber erst am Schluss. Gehen wir einfach mal ganz rüber. Nein! 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 Wieso? Das ist doch der falsche Weg, den ich gegangen bin, oder? Ich muss glaube ich den anderen Weg gehen. Nein, du sollst... Ja! Ja! Nein! 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 Los da, go! Rette dich! Du musst... In Freiheit! In Freiheit! In Freedom! We trust! Ohne böse... Säure! Genau! Also, wir müssen hier rüber, wir können nicht den anderen Weg gehen. Nein! Los, Dagobert! Ich glaube an dich! Du wirst das schaffen! Jetzt weiss ich auch, was die Kritiker gemeint haben. Ich habe gelesen, dass die mühsamen Zeitspiele nicht hätten... Ja! 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 Crackpack! Launchpad's already Crackpacked. Pff! Chaffed! Me number one dime! Me number one dime! Return safe and sound! But, Uncle Scrooge, what about the treasure? Yeah, we had it and we lost it. Sorry, Uncle Scrooge. Come on now, boys. We may not have got to keep the treasure, but we had the adventure of a lifetime. And first of all, we got to share it together. You, Webbegale, Launchpad. And Upworth, too. Don't forget about Mrs. Beakley. And Bubba! And Fenton! And Shiro! They helped us, too! Indeed they did, lads. Now, come on. Let's head for home. Let go of me, you doddering old dead weight. Oh, pipe down, you mangy bird. Saving content. Ah, my hands closed. Scrooge remains the richest duck in the world. It was real swellier to give Glamgold lift home, Mr. McD. He-he. Hi. I'll put it on your bill, Flinty. You can pay me back in, oh, say, three to five years. With interest, of course. I'll get you for this, muck duck. Mark my words. There's a sight I never get tired of. Come on, lads. Let's head to the ice cream shop. Wahoo! Ice cream, you scream, you all scream for ice cream. Can we each get our own cone this time, Uncle Scrooge? Oh, why not? I'm in a generous mood today. In fact, each of you can even get a cone with ice cream in it. header and waiver sex. Shinoah. Hervo. Sechs Tamim Krim Das ist immer so. Ich kann schon sagen, dass Hermione es noch nicht Boozt möchte. Weitere kann ich nicht... Das wäre's, jetzt gewesen. Und wir haben uns jetzt durchgespielt. Es gibt kein Level mehr von DuckTalesЬ. Remastered. Ja, also das wär's gewesen mit DuckTales Remastered. Ein Spiel, das sehr, sehr viel lebt vom Nostalgie-Bonus. Ich glaub ohne den wär's nicht so gut. Was man jetzt ganz ehrlich zugeben, die Hintergründe sind fast ein bisschen leblos. Fast die ganze Zeit. Ja. Und die Story hat mir gefallen. Ich liebe ja allgemein Story. Aber es hat relativ oft einfach den Spielfluss unterbrochen und vielleicht einfach ein längere Stück am Anfang oder am Ende machen. Ich weiss, im Gameboy-Spiel ist immer Tags gekommen, wenn wir das Story-on-the-Pop hatten. Also es sind halt im Original drei bleiben, mehr oder weniger. Was ja auch nicht schlecht ist. Auf jeden Fall, es hat Spass gemacht wieder mal in DuckTales und in die Welt von Entenhausen einzutauchen. Ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Let's Play Video wo ich noch nicht weiss, was ich machen will. Aber es wird sicher ein weiteres Spiel geben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020